Servus Leute, in diesem Video geht es um das Thema, warum der Golf seit dem Golf 2 ABF-Fahrvideo Ende Sommer in der Garage steht. Kurz noch eine kleine Information, bevor sich hier jemand stört und in die Kommentare schreibt, warum mein Schloss hier so hässlich aussieht, wo ich doch schon eigentlich mal ein neues verbaut hatte und auch der Schlossträger so eklig ist. Das ist gerade ein Schlossträger vom Schrottplatz hier drin. Warum, wieso, weshalb? Ich hatte natürlich keinen Unfall. Dazu dann zu späterem Anlass natürlich mehr. Dann fange ich mal an mit dem Grund, warum der Golf seit einer ganzen Weile steht. Und zwar ist das Problem, dass einfach extrem viel Öl in die Kurbelgehäuseentlüftung gedrückt wird, beziehungsweise in mein Catchtank, dieser dann mit dieser Menge, die da mittlerweile rauskommt, überlastet ist und dann eben das Problem bestand, dass eben Öl in die Ansaugung kam und ich deshalb aus dem Grund zum Testen und herauszufinden, woran das ganze Problem liegt, auch erstmal diesen Schlauch, der zur Ansaugung geht, demontiert habe. Angefangen hat er alles im Frühjahr damit, dass nach dem Kaltstart und währenddessen der Motor immer leichte Drehzahlschwankungen hatte, die auch richtig nervig waren. Also man hat den Motor zehn Minuten laufen lassen können im Stand und er ist richtig hin und her geschwungen mit der Drehzahl. Als hätte man immer mit dem Gas gespielt und das Ganze dann anfangs nur beim Kaltstart und später dann auch im warmen Zustand. Hierzu hatte ich mich dann eben im Internet ein bisschen informiert und dann gelesen, dass es entweder ein Problem sein kann mit der Leerlaufzigarre dort unten, hatte diese dann soweit überprüft, funktioniert natürlich einwandfrei. Der zweite Punkt, der dann in Frage kam und was dann eigentlich auch als richtiger Punkt sich dann herausstellte, war dann der Saugrohrdrucksensor, der sich beim ABF ja im Motorsteuergerät befindet, weshalb ja auch vom Motorsteuergerät ein Unterdruckschlauch direkt hier oben an die Ansaugbrücke geht. Und somit habe ich dann das Steuergerät ausgebaut und zerlegt, wo mir zwischen dem Sensor, der auf der Platine sitzt und dem Eingangsanschluss ist nochmal ein Stück Schlauch, habe ich mir das Stück Schlauch angeschaut und habe das ausgetauscht. Da war aber eigentlich nichts. Ich habe es einfach mal prophylaktisch gemacht und habe mir dann eben die ganze Leitung bisher her nochmal angeschaut, habe dann quasi von Motorsteuergerätseite aus mit Pressluft mal durchgeblasen und habe dann eben gesehen, dass hier am Anschluss am abgezogenen Schlauch eben Öl aus dem Schlauch rauskam und somit war mir dann eigentlich schon klar, dass dann natürlich der Motor im Standgas nicht ordentlich geregelt wird und nicht richtig laufen kann, weil das Öl eben die Messergebnisse natürlich verfälscht und somit natürlich kein Unterdruck richtig am Motorsteuergerät ankommt und das somit natürlich auch die Leerlaufzigarre und das Standgas eben nicht richtig regeln kann. Mir war dann klar, dass natürlich das Öl nur aus der Kurbelgehäuse in Lüftung kommen kann, wo hier natürlich auch noch wie original verbaut der Schlauch montiert war zum Ansaugschlauch hin und habe dann trotzdem erstmal die Ansaugbrücke demontiert bis runter zum Zylinderkopf und mir alles angeschaut, wie viel Öl da jetzt drin ist und so weiter und natürlich stand hier oben drin auch ein bisschen Öl, habe das Ganze dann gereinigt und mich dann erstmal dafür entschieden, bis ich weiß, wo das herkommt und wie natürlich das Ganze auch passiert, mir so einen kleinen Filter hier nochmal draufzusetzen, um quasi meine Reinigung nicht schon wieder sinnlos zu machen, falls wieder Öl hochkommen sollte. Komisch an der Sache war eben erstmal für mich, da ich letztes Jahr überhaupt keine Probleme hatte bezüglich Standgas und auch nicht, dass hier Öl aus der Kurbelgehäuse in Lüftung gedrückt wird, aus meinem Catchtank, da ich den auch letztes Jahr abgelassen hatte und kaum Öl rauskam, habe ich dann erstmal gedacht, eventuell könnte ja auch im schlimmsten Fall was mit den Kolben beziehungsweise Zylindern sein, also habe ich mir erstmal ein Kompressionsprüfgerät gekauft und habe dann eben damit die Kompression gemessen. Leider habe ich davon jetzt kein Video und drehe jetzt nicht extra nochmal die Kerzen raus. Alle Zylinder hatten aber ein Ergebnis zwischen 15 und 16 Bar, wirklich alle vier gleich, weshalb ich sagen kann, dass eigentlich zylindertechnisch aus der Sicht erstmal kein Problem besteht und somit kam dann für mich eben nur noch in Frage, dass ich das Ganze eben fahrtechnisch testen muss, im Sinne von verschiedene Fahrszenarien, die ich in dem Jahr eben jetzt im Frühjahr gefahren bin, klingt jetzt blöd, aber verschiedene Kurven, verschiedene Situationen mit Bergauffahren, Bergabfahren, Bremsen und auch Autobahnen teste, im Sinne von den Behälter vorher ablassen, diese Situation fahren, gucken wie viel Öl ist dann in den Behälter reingekommen und das Ganze dann eben so durchtesten, um dann eben rauszufinden, in welcher Situation füllt sich der Behälter eben so viel mit Öl. Angefangen hatte ich dann erstmal mit einer ganz normalen Autobahnfahrt mit höherer Drehzahl für eine längere Zeit, einfach um zu testen, ob eben das sich nochmal bestätigt, dass mit den Kolbenbringen und Zylindern nichts weiter ist und mit den Kolben, da eben ich dann auch gesehen habe, dass eben da kein Öl in den Catch-Tank gedrückt wird und somit für mich auch klar war ab dem Zeitpunkt, es liegt nicht an der gerade Ausfahrt, sondern es liegt einfach an Kurven, am Bremsen und an der Beschleunigung. Das Ganze ließ sich dann eben so auch reproduzieren, dass eben bei sehr kurvenreichen Strecken und starken Bremsungen, vor allen Dingen bergab, so viel Öl in die Kurbelgehäuseentlüftung gedrückt wird beziehungsweise dann eben auch das Öl so nach vorne gedrückt werden muss, dass es so nach oben schwappt, dass eben das ganze Öl sich dann eben hier am Catch-Tank sammelt und dann eben, wenn es zu viel ist, dann oben rauskommt. Also nicht wundern, der Behälter sieht ja ziemlich groß aus, aber die obere Hälfte ist nur zum Abscheiden gedacht und der untere Teil ist dann zum Auffangen, also hier gehen maximal 150 Milliliter, wenn überhaupt, rein, was eigentlich auch vollkommen ausreicht und man eigentlich den ganzen Sommer oder eine ganze Saison eben damit locker fahren kann, zumal im Sommer ja auch nicht so viel Kurbelgehäusegase entstehen, auch was Feuchtigkeit und so weiter betrifft, wie als würde man es eben im Winter fahren. Und dann kommt eben, wenn zu viel Öl hier reinkommt, da dieses Rohr hier ja in der Mitte sitzt und hier in der Mitte auch von dem Behälter eben steht, drückt es dann eben das Öl, wenn hier unten dann genug drin ist, natürlich auch durch den Druck, der dann vom Kurbelgehäuse kommt, hier oben raus und dann eben in die Ansaugung rein. Zu dem Behälter natürlich auch nochmal, verlinke ich euch oben nochmal das Video. Also ich bin letztes Jahr im Vergleich zu diesem Jahr einfach nicht so intensiv gefahren, also sprich einfach ein bisschen sanfter, ich bin nicht so stark die Kurven gefahren, ich bin auch weniger Kurven gefahren, ich habe auch nicht immer so stark gebremst, also ich bin einfach ein bisschen normaler gefahren als eben dieses Jahr und da hat es wahrscheinlich nicht ausgereicht, dass das Öl so umherschwappen kann, dass es eben rauskommt und ja, das war dann eben dieses Jahr der Fall, weshalb ich dann jetzt eben was dagegen machen muss. Mir war dann eigentlich klar, entweder ich lasse dann ab dem Zeitpunkt den Golf stehen und überlege mir eben eine richtig gute Lösung für das Thema oder ich kann eben weiterfahren wie eine Mutti zum Einkaufen und darauf hatte ich eigentlich überhaupt keine Lust. Somit habe ich mich dazu entschieden, keine schnelle Lösung übers Knie zu brechen, den Golf stehen zu lassen und den Rest vom Sommer dann eben mit dem Bohrrad zu fahren. Ich habe dann zuerst mal im Internet rumgeschaut, ob denn andere auch solche Probleme haben. Natürlich kommt bei mir noch hinzu, dass ich nicht mehr die originale Kurbelgehäuse- und Lüftung fahre, also mit diesem Abscheiderding hier oben dran, also mit diesem Druckregler und diesem größeren Schlauch, der unten dran geht und eben ja dieses Abscheideteil, dieses Plastikstück, was dann hier vorne ja noch dort in diesen Stopfen mit reingeht, was natürlich ein bisschen hilft gegen das ganze Problem. Auch, dass dieser Schlauch, der originale, unten natürlich viel dicker ist, fast so dick wie ein Kühlwasserschlauch und dann nach oben hin dünner wird, ist natürlich auch nochmal eine Hilfe, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn diese Kurbelgehäuse-Entlüftungsgase quasi rauskommen aus dem Motor und man in einen kleinen Schlauch geht, ist ja die Strömungsgeschwindigkeit schneller und kann natürlich auch reingespritztes Öl eher hoch transportieren, wie in einem großen, dicken Schlauch, wo natürlich keine Strömung richtig besteht, sondern einfach nur so einen Hauch durchzieht und somit das Öl teilweise dann natürlich auch wieder nach unten aus dem Schlauch rausfließen kann und nicht raustransportiert wird. Ich kann jetzt natürlich nicht mehr zurück, möchte ich auch nie und wollte ich auch nie, weil ich wollte ja auch diese cleane Optik haben natürlich und das System würde natürlich auch super funktionieren, wenn nicht diese Probleme bei diesem Motor eben bestehen würden, das eben von unten bei starken Bremsungen und Lenkbewegungen eben so viel Öl nach oben spritzen kann. Beim 1.8T zum Beispiel im Bora besteht da eigentlich überhaupt kein Problem, da ist einmal hier vorne ein ganz anderer Anschluss, da gibt es natürlich auch keine Zwischenwelle, die extra nochmal Öl in diese Aussparung dort reintransportiert und der hat natürlich oben am Zylinderkopfdeckel natürlich auch nochmal einen Abgang, also quasi ein Y-Stück, weshalb eigentlich dort so gut wie überhaupt kein Öl rauskommt und wenn ich mich erinnere, war hier natürlich beim ABF Motor das Originalzeug schon sowas von extrem versaut. Man hat natürlich auch gesehen, dass über die Jahre sehr viel Öl trotz dieses ganzen Systems hier im Originalzustand Öl in die Ansaugung kam und ja, das ist einfach ein Problem bei den Motoren. Verbaut habe ich ja bei mir die originale Aluminiumölwanne vom ABF, da drin sitzt die originale Ölpumpe und mit dem originalen Ölrüssel und auch dieses originale, wie ihr ja nicht beim Aufbau auch gesehen habt, das originale Schwallblech bzw. dieser Mini-Ölhobel, der da dran ist, dieses Plastikteil, dieses große, was ja bei den anderen Motoren sonst nur so ein normaler Rüssel ist, mit einer ganz kleinen Plastiksperre zwischendrin und das System wird natürlich ausreichend für ganz normales Fahren, sobald man aber eben anfängt, ja wie schon beschrieben, starke Kurven zu fahren oder öfters mal hintereinander stark zu bremsen, plus dann eben auch noch die Kurbelgehäusen-Lüftung ein bisschen umgebaut hat, gibt es dann eben das Problem, dass eben das Öl zu stark in die Kurbelgehäusen-Lüftung gedrückt wird. Für das Problem, dass Öl nach oben schwappen kann und dann in die Kurbelwelle kommt und die dann natürlich das Öl so verteilt und verschleudert, dass es anfängt zu schäumen, gibt es ab Werk schon ein Bauteil, was natürlich viele von euch kennen werden und bestimmt auch verbaut haben und zwar liegt es jetzt hier, das ist dieser Ölhobel quasi, den man immer verbauen kann. Ich kenne dieses Bauteil, ich habe das natürlich auch auf dem Schirm gehabt, habe aber auch nie daran gedacht, dass ich mit dem Golf mal so fahre, dass es zu solchen Problemen kommen wird, zumindest in der Planungsphase und da, wo ich ihn auch gebaut habe, weil es eigentlich mal nur so ein, sage ich mal, relativ chilliges Wochenendauto werden sollte und dass das Ding natürlich dann nach der ersten Fahrt schon so viel Spaß gemacht hat mit dem Motor, weil eben das Leistungsgewicht so gut ist, das hätte ich mir zwar denken können, aber wenn man es dann natürlich das erste Mal fährt und überhaupt dann auch mal richtig ordentlich benutzt, ist das dann natürlich wieder eine ganz andere Sache. Dieses Teil hier wird auf jeden Fall, für die, die es nicht kennen, das wird zwischen Motorblock und Ölwanne gesetzt, deshalb ist hier auch diese runde Aussparung, weil die Kurbelwelle dann genau hier in diesen Aussparungen so läuft und hier sitzt dann die Ölpumpe, verhindern tut das Ganze eben das Öl, was von oben kommt, kann erstmal nicht runter ins Öl einfach so tropfen und nach oben spritzen, sondern kleckert hier drauf und läuft dann eben durch diese Bohrungen nach unten ab und gleichzeitig wird das Öl eben gehindert, wenn es unten hin und her schwappt, dass es an den Wänden hier nach oben spritzen kann, weil dieses originale Plastikschwallblech, was da drin sitzt, vom ABF zumindest das große, das geht nur in der Ölwanne bis hierher und die Problemzone ist eigentlich auch hauptsächlich hier vorne, wo es frei ist mit diesem Plastikblech, weil eben hier das so hoch spritzt und hier oben sich dann genau an dieser Stelle hier am Motorblock ja auch diese Kurbelgehäuse in Lüftung befindet. Also ohne es jetzt getestet zu haben, würde wahrscheinlich dieses Stück Blech hier mein grundsätzliches Problem mit dem beim Bremsen nach vorne schwappendem Öl wahrscheinlich schon beheben. Das Ding ist aber einfach, ich wollte dieses Blech von Anfang an natürlich nicht verbauen. Wenn ihr euch noch daran erinnert, an den Aufbau von meinem Motorblock, da verlinke ich euch auch nochmal oben das Video, bei der Montage der Ölwanne extra gesagt habe, dass ich nicht diese Korkdichtung oder diese extra dicke Gummidichtung dort montieren möchte, sondern die Ölwanne wie beim 1.8T direkt montieren möchte, ist der Grund, dass dieses Teil hier natürlich, so wie auch diese normale Gummidichtung ist, natürlich hier so 3, 4, 5 Millimeter aufdickt und somit natürlich die Ölwanne auch tiefer sitzt unterm Fahrzeug. Und das Ganze war mir eben rein tiefentechnisch, weil die Ölwanne eben unten recht weit raus steht beziehungsweise eben fast der tiefste Punkt ist, wollte ich eben diese Dichtung nicht montieren, weil dann die Ölwanne tiefer kommt und habe die dann eben, wie im Video auch zu sehen, mit der normalen Dichtmasse montiert. Und jetzt gehen wir hier mal unter das Fahrzeug. Und zwar nehme ich jetzt mal hier diesen Meterstab und halte den mal genau hier vorne an die Lippe dran, hinten an die Achse und hier an die Ölwanne. Und wenn ihr da mal schaut, ist es genau eine Flucht mit der Aluminiumölwanne ohne diese Dichtung. Sprich, wäre jetzt diese Dichtung oder dieser Ölhobel noch dazwischen, wäre die Ölwanne der tiefste Punkt und man würde mit jedem Mist an dieser Ölwanne hängen bleiben. Und das Problem ist natürlich, die ist aus Aluminium und ein kleiner Kratzer beziehungsweise einmal richtig aufsetzen und die Wanne ist kaputt. Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, was das für Kosten sind, wenn da natürlich die Feuerwehr ausrücken muss, um die ganze Scheiße wegzuputzen. Und das ist natürlich der Grund, was ich natürlich nicht haben wollte, dass die Wanne der tiefste Punkt ist. Weshalb das natürlich ohne diese 4-5 Millimeter, diese Dichtung da drunter, gerade noch so geht. Und deshalb habe ich dann auch von Anfang an diesen Ölhobel nicht montiert. A, weil ich eben diese Tiefe nicht wollte und B, weil ich eigentlich auch nicht gedacht habe, dass ich es bräuchte, weil ich damit eigentlich ganz normal fahren wollte. Somit war für mich dann klar, dass ich den Ölhobel auf jeden Fall verbauen muss und ich mir aber eine Lösung einfallen lassen muss, dass ich eben nicht mit der Wanne tiefer komme beziehungsweise keine Wanne montiere, die eben schnell kaputt geht. Neben dem Problem, dass Öl nach oben schwab, kommt eben noch ein weiteres Problem hinzu, dass wenn man eben langgezogene Kurven fährt oder eben viel Slalom oder wie auch immer, ziemlich sportlich unterwegs ist, kann es eben dazu kommen, dass in gewissen Fahrsituationen die Ölpumpe nicht mehr richtig Öl ansaugen kann, weil sich eben Luft am Rüssel befindet, weil das Öl irgendwo an der Seite der Ölwanne hängt und dorthin gedrückt wird, was natürlich dann unweigerlich über längere Zeit dann natürlich zu einem Motorschaden beziehungsweise Lagerschaden führt. Und somit muss dann natürlich auch noch in der Ölwanne was vorhanden sein, dass das Öl nicht mehr so von links nach rechts schwappen kann. Und da habe ich mir dann natürlich im Internet mal angeschaut, wie andere das so machen, beziehungsweise was es da so gibt. Und da gibt es dann natürlich diese, die wahrscheinlich auch fast jeder kennt und ich auch vorher schon gesehen hatte, diese Schrickölwanne, die ist aber natürlich wieder aus Aluminium, somit wollte ich die natürlich nicht haben. Eben aus diesen tiefen Problemen dazu kommt, dass diese Wanne, bei dieser Wanne glaube ich, dieses Teil hier, also diese Zwischenverstrebung hier, die noch um die Ölwanne drumherum kommt beim ABF, glaube ich nicht mehr montierbar ist. Als weitere Wanne gibt es dann noch eine von Oettinger, die gibt es aber heutzutage, soweit ich weiß, auch nicht mehr neu. Da ist halt der Fall, die ist glaube ich zwei- oder dreiteilig. Die hat einmal einen integrierten Ölhobel, also da kommt dann nicht mehr dieses originale VW-Teil vom Dieselmotor zum Einsatz, was ich gezeigt hatte, sondern eben diese Extraschicht von dieser Ölwanne. Plus diese Ölwanne hat dann einen extra Ölsaugrüssel und die Ölpumpe wird auch nochmal tiefer gesetzt. Und bei den gebraucht erhältlichen Wannen fehlt oftmals dieser spezielle Rüssel und oftmals sind dann auch die Wannen unten schon kaputt und geschweißt und gerissen teilweise und das halt für extrem viel Geld, was bei mir dann eben auch nicht in Frage kommt, weil es eben dann auch wieder eine Aluminiumölwanne wäre. Gesehen hatte ich noch, dass sich manche in die Stahlölwanne solche Trennwände mit Löchern drin einschweißen, um quasi dieses Schwappen von links nach rechts zu verhindern. Da gibt es glaube ich auch irgendwo so fertige Sätze zu kaufen. Allerdings war das dann eigentlich auch nicht so die Lösung, die ich unbedingt haben wollte, weil das Öl kann zwar nicht mehr so hin und her schwappen, kann aber trotzdem wieder in einer längeren Kurve von der Ölpumpe weglaufen, was mir eigentlich dann überhaupt nicht gefällt, wenn ich schon mal eben, wie gesagt, das Ganze eigentlich recht ordentlich machen will. Und ja, das war dann eigentlich der Grund, weshalb ich gesagt habe, ich muss auf jeden Fall selbst was bauen. Ich habe dann erst mal angefangen, Ideen zu sammeln, wie ich das Ganze umsetzen möchte. Ziemlich geholfen hat mir dabei auch, dass ich vor zwei oder drei Jahren beim Bora, also beim 1.8T Motor, eine Forge Motorsport Ölwanne montiert habe. Die ist wie die originale aus Aluminium, ist eigentlich die gleiche Wanne. Allerdings sind in dieser Wanne solche Aluminium-Trennbleche und Schwallbleche eingeschweißt. Und gleichzeitig sitzen aber in diesen Trennwänden vier Gummiklappen, die eben so montiert sind, dass das Öl immer nur in Richtung Ölpumpe fließen kann, aber nie davon weg. Das heißt, die sind nach innen offen, aber nach außen hinzu. Sprich, fahre ich in die eine Kurve, kommt die ganze Ladung Öl von außen nach innen geflossen und das von innen kann aber nicht mehr nach außen fließen. Und fahre ich in die andere Richtung eine Kurve, kann das Öl auch wieder nur nach innen fließen. Aber das, was von innen an der Ölpumpe, also am Rüssel sitzt, kann wieder nicht mehr nach außen abfließen. Somit baut man quasi, würde man jetzt wirklich hastig schlagartig Slalom fahren, sogar innen drin einen höheren Ölspiegel auf, als man das außen hat. Und somit ist eigentlich immer gewährleistet, dass eben das Öl an der Ölpumpe bleibt und somit so wenig oder überhaupt keine Luft, wie es nur geht, eingesaugt werden kann. Leider gibt es eben von Forge oder von anderen Herstellern keine Ölwanne für diese Motorplattform mit dieser Zwischenwelle, eben diese alte Bauweise. Und somit habe ich dann entschieden, selbst sowas zu fertigen. Und das Ergebnis seht ihr hier. Und das Ergebnis seht ihr hier. Da das jetzt bis hierhin schon ziemlich viel Information war, würde ich sagen, Infos zur Ölwanne gibt es beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.